Die Gemeinde Thalgau im Flachgau ist ein Vorreiter, wenn es um moderne und fortschrittliche Energie geht. Seit kurzem betreibt die Gemeinde die erste kommunale Energiegemeinschaft des Landes. Eine Energiegemeinschaft ermöglicht es ihren Teilnehmern, dass sie die produzierte Photovoltaikenergie oder die Energie ihres Wasserkraftwerks gemeinschaftlich erzeugen, verbrauchen, verkaufen und speichern. Und das zu einem Preis, den man selbst bestimmt. Für den Start wurde auf dem Dach der Gemeinde eine 27,5 kW Peak PV-Anlage installiert. Diese versorgt schon jetzt die ersten Mitglieder mit sauberem Strom. Das ist für mich einfach der große Gewinn auch, dass die Leute sich mit Energie beschäftigen. Wo kommt der her, wie wird es verbraucht und wie viel wird verbraucht. Und ich glaube, da können wir wesentlich dazu beitragen, dass man die Energiewende schafft. Insofern kann es nur jeder Gemeinde empfehlen, sich da zu engagieren und sozusagen ihren Beitrag zu leisten. Weil es geht ja letzten Endes um das Gesamte. Die Salzburger AG kümmert sich um sämtliche Verträge, hilft bei der Preisgeschaltung und übernimmt letztendlich auch die Abrechnung für die Energiegemeinschaften. Wir glauben ganz stark, dass wir mit Technologie die Nachhaltigkeit unterstützen können. Das ist eigentlich das Werteversprechen. Mit Technologie Nachhaltigkeit unterstützen. Also Tech steht für Technologie, Green für die Nachhaltigkeit und jetzt Produkte zum Entwickeln, die dem Kunden helfen, Strom zum Sparen, Energie zum Sparen und damit dann auch nachhaltiger zum Leben. In Thalgau sind schon jetzt die nächsten PV-Anlagen in Planung. Ab Herbst soll die Energiegemeinschaft weiter wachsen können. Alle Infos rund um Energiegemeinschaften für private und auch Gemeinden finden Sie jetzt auf www.greencommunity.at